So, der nächste Song, Freundin, da wollen wir ein bisschen ruhiger werden. Und er passt wie die Faust aufs Auge im Moment. Denn es kommt im Moment ganz, ganz viele Menschen zu uns in ein sehr, sehr reiches Land, wo es uns allen wirklich gut geht und wo wir in Luxus leben und wo wir uns keine Gedanken machen müssen, wo wir ausschlafen können, morgens aufstehen, unseren Kaffee trinken, das Toast genüsslich hinunterdrücken, es kommt gebräunt wieder raus durch Strom, gehen wir duschen mit Wasser, fließend Wasser, fahren zur Arbeit, haben einen wunderschönen Arbeitstag und müssen uns keine Gedanken machen. So sieht es bei uns aus und viele, viele andere Menschen in anderen Ländern, die haben diesen Luxus nicht. Die kommen hierher und wollen bei uns sein und ein Teil von uns sein. Und ich finde, jeder Einzelne, der hierher kommt und diesen Weg auf sich nimmt, der hat es verdient, ein Teil von uns zu sein. Denn diese Menschen wünschen nicht nur eins. Denn diese Menschen wünschen sich nur eins, Freunde, und das ist Freiheit. Und das ist auch unser nächster Song. Die Verträge sind gewahrt und es wurde viel gelangt. Und was Süßes, so ein bisschen Freiheit. 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 Die Kapelle runter da. Und der Papst war auch schon da. Und der Papst war auch schon da. Ein Nachbar vor dem Weg. Freiheit. 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 Er ist die Einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv Der Mensch ist leider frikittiv Sei ein, sei ein Und wieder abstehen Alle, die von Freiheit träumen Soll uns das Feierabend nicht versäumen So wie ihr heute habt ihr Soll ich tanzen auf der Fliege Wir waren Wir waren Wir waren Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Applaus